Ich bin der Herbert, komme aus Kapfenberg, bin 35 Jahre alt. Ich nehme mich heute mit auf meine berufliche Reise. Ich bin Landwirtschaftsschule gegangen in Ramnerhof in Atmand, habe dann dort meine Leidenschaft für Maschinen entwickelt, für Getriebe, was das laut ist, was das Lärm macht. Habe dann eine Lehre gemacht zum Kfz-Techniker im Nutzerzeitbereich, habe dort einige Jahre gearbeitet, habe mir richtig gedacht, habe ich weitergebildet, habe was gemacht, habe Schulungen besucht und haben mir dann irgendwann gedacht, ja, irgendwas fahre ich noch, irgendwas möchte ich noch machen. Und genau deswegen bin ich Lehrer geworden, bin dann an der Landesberufsschule Adenfels als Lehrer im fachpraktischen Unterricht eingestiegen, habe dann gleich voll unterrichtet über einen starken Bezug zur Landwirtschaft. Deswegen freut es mich auch, dass ich in dem Schulsystem Lehrer beinahe können. Im Agrarbildungszentrum Ravendorf bin ich mittlerweile, unterrichtet durch Land- und Forsttechnik, alles aus Motoren, Getriebe, Landmaschinen, Landtechnik, alles aus dem Rauch, Lernmod und Technik ist mein Gebiet. Theorie, Praxis, beides, an meinem Wissen profitieren auch die Schüler. Ich glaube, das Fachwissen aus der Praxis, die Leidenschaft zu deinem Fachgebiet, wo du draußen gearbeitet hast, mitzubringen ist das Wichtigste, aber natürlich auch, dass du der Mensch dazu bist. Die Kombination macht es aus, Fachwissen, aber auch die soziale Kompetenz, ein großer sozialer Akku. Ich glaube, das soll man schon mitbringen, eine gewisse Belastbarkeit, aber ich glaube, wenn man es gern tut, dann macht man es automatisch gut. Landwirtschaft liegt dir im Blut? Du liebst dein Handwerk und willst einen sicheren Job mit Sinn in deiner Region? Dann bewirb dich jetzt in einer unserer Fachschulen in der Steiermark. Auch Quereinsteiger sind willkommen.